Was soll denn jetzt eigentlich die Maske? Ich bin Kyurem, Kyurem ist ein Mysterium, genauso wie ich. Dann, wenn ihr denkt, super T-Shirt, Amazon-Link steht in der Beschreibung, da. Also, auch nicht die Kommentare mit folgen. Ich bin Kyurem, Kyurem ist ein Mysterium, genauso wie ich. Dann, wenn ihr denkt, super T-Shirt, Amazon-Link steht in der Beschreibung, da. Also, auch nicht die Kommentare mit vollballern. Ja, die ALS-Eyespuff-Challenge, da geht es im Versieg darum, sich einen einmal Wasser in den Kopf zu schümmen. Damit soll auf die Nervenkrankheit ALS-Eyespuff gemacht werden, die bis jetzt noch echt nominiere dafür den Kanal. Ich bin Kyurem, ich bin Kyurem. Ich bin Kyurem, ich bin Kyurem. Ich bin Kyurem. Ich bin Kyurem, ich bin Kyurem. Ich bin Kyurem. Und jetzt zum spaßigen Teil dieses Videos. 3, 2, 1. Yo. 2, 2, 1. Yo, yo. Yo, 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 yo. So, wo euch fragt, ja, was soll denn jetzt eigentlich die Maske? Ich bin Qrem, Qrem ist ein Mysterium, genauso wie ich. Dann, wenn ihr denkt, super T-Shirt, Amazon-Link steht in der Beschreibung, da, also auch nicht die Kommentare mit Vollballer. Ja, die ALS-Einfach-Challenge, da geht es im Prinzip darum, sich einen einfach Wasserbecken zu schütteln. Damit soll auch die Nervenkrankheit ALS aufgeführt werden. Bis jetzt noch, ich heiliere dafür den Kanal. OIG natürlich. Outro 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 Outro